Hallo Leute, willkommen bei diesem Survivalent Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen sehr, sehr praktischen Gürtel machen kann. An dem Gürtel kann er zum Beispiel eine Axt und ein Seil und eine Fackel und so weiter immer mit sich rumtragen und hat es dann immer sehr schnell zur Hand. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie man eine Fächerpalme fällt. Und da kriegt man dann diese Fasern und man kann ein Seil machen. Eins haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Seil. Das wird gespinnt. Also gesponnen würde man auf Deutsch sagen, aber Spin ist der Befehl. Jetzt nimmst du das mal in deine Hand, das eine Seil. Und hier an dem Seil sind auch solche Hämmer. Und da kann er mit dem Seil jetzt Teil machen. Mausklick mit Halt halten. Da passiert jetzt noch nichts. An der zweiten Stelle auch nochmal Teil. Also binden. Und jetzt hat er einen Gürtel. Und dieser Gürtel gehört zu den unverzichtbaren Werkzeugen. Nimm den mal. Wie er sieht sehr einfach aus, primitiver, also primitiver Gürtel. Arme und Verzichter. Den hängt man sich hier an die Gürtelschnalle und hat dadurch zwei Slots freigeschaltet. Da kann ich jetzt ein Seil hinhängen. Und er kann sich jetzt seine Axt nehmen. Und die Axt kann man da auch hin tun. Und das Schönste ist, es gibt da Kurzwahltasten für. Also wenn er jetzt seine Axt haben will, die ist auf der rechten Seite, das ist die Nummer 2, dann drücke ich die Taste 2. Und er holt sich jetzt die Axt raus. Und wenn er sich jetzt irgendwelche Sachen nimmt, zum Beispiel hier noch eine Faser, gut, das passt in eine Hand, da passiert noch nichts. Aber wenn er sich noch eine zweite Faser nimmt, dann nehmen wir mal eine Faser. So, wie? Dann steckt er die Axt wieder automatisch an seinen Gürtel zurück. Und dadurch kann man sehr schnell Axt hin, Axt her, zack, funktioniert ganz hervorragend. Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn auch mal so sehen können. Hm, er haut immer wieder ab. Also, nee, er kommt immer... Ah, jetzt sehen wir ihn mal. Geh mal rückwärts. Na toll. Jo, aber man kann es jetzt sehen hier, seinen Gürtel. Mit der Axt dran. Und dem Seil. Wenn da eine Fackel dran hängt, sieht man da eine Fackel. Okay, das war's schon wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.